Herzlich Willkommen zurück, nach dem kleinen Cut und der Aufnahmepower geht's hier weiter. Hier regnet aber ganz schön. Upsa, so, das ist mir wieder richtig hingesetzt. Das sind aber echt viele Waren. Und jetzt, der hat ja gerade ein Loch im Kopf. Nicht die linke Seite, du die rechte. Mehr als unauffällig, Geralt. Skoyate! Skoyate! Hm. Lass uns umfohlen! Lass uns umfohlen! Sagt der, der gerade tot ist? Na, komm schon. Ich hätte eine bessere Waffe nehmen können. Ich bin doch gerade ausgewichen. Das zählt nicht. Ah, ich hasse das. Da drückt man die Leertaste, aber nein, Geralt ist immer noch groggy. Na, toll. Reichtig Öl nehmen kann man für den Geralt ja nicht. Ist ja gerade so eine Parade abgegriffen. Ja, ja, vielen Dank auch. Das ist jetzt rechtlich gemein. Ja, dankeschön. Fängt hier gut an. Na? Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Ja, wo bin ich denn hier? Was ist denn überhaupt mit diesen Wachsoldaten los? Na? Ja? Oh, fuck. Das gibt's doch nicht, wie unfair war das denn jetzt schon wieder. Nein! Nein! Aha, toll, Gerold. Gut, also hier wäre die bessere Rüstung doch vorteilhaft gewesen. Naja, das kriegen wir auch so hin. Hoffe ich. Versuch Nummer 3. Ausweichen. Fick dich. Nöp. 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 Finde ich gut. Ich wollte eigentlich den da links erwischen und nicht den da. Und ich wollte auch den erwischen und nicht den da. Klappt ja super. Oh. Na toll. Nöp. 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 Ich wusste, dass du mit denen partierst, Mutant. Fühlst dich wohl als Held, nicht wahr? Legt ihr ab! Verbrenn' ich diese Huren bei lebendigem Leibe! Wir segeln. Unsere Frauen sind bereit zu sterben. Tolle Einstellung. Spring, Geholt! Ich werde das nicht zulassen. Feigling! Feigling! Ich glaube, ich bin mir hinterhergeholt. Kommandant Loretto hat den Verstand verlor. Wenn sie bei lebendigem Leibe! Pest und Kuhner! Der Hexer tut das Richtige! Ui! Hey, die haben mir doch geholfen. Ah, nein! Ah, toll! Alter, Geholt! Also, heute schon wieder so ein Tag, wo Geholt einfach sinnlos irgendwo hinhaft, oder? Also, ich bin's nicht zu meiner Verteidigung. Tu mir bitte nichts! Hey! Kommandant Loretto hat den Verstand verloren. Der verbringt sie bei lebendigem Leibe. Pest und Kuhnera! Der Hexer tut das Richtige! Der Hexer tut das Richtige! Das ist ein Problem. Okay. Wer sagt das Richtige! Das ist die Werteidigung! Sieht nicht jeden, was zu schulen. Der Hexer tut das Richtige. Der Hexer tut das Richtige! Keine Hilfe, die Team dieser in der Höhe! Der Hexer tut das Richtige! 하면 alles in der Höhe! Alles klar. Der Hexer tut das Richtige. Der Hexer tut das Richtige! Geflohen. Gwyn, please! Loredo holt... Der In-Game-Ton ist... Der In-Game-Ton ist wohl gerade futsch. Naja, was macht Geralt eigentlich gerade? Erstmal das mit dem Schwer, was soll's? Klapp die Hand voran. Ups! Pst! Gut, Versuch Nr. 2. Klappt auch der Ton wieder. Wo ist Loredo? Geflohen. Gwynblade! Loredo holt Verstärkung! Wir segeln los! Unter uns brennt der Turm. Wir müssen springen. Geht nicht! Wir sind gefesselt! Hilfe! Hilfe! Wannshafer! Wann ist der Flam? Wannshafer! 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 Halt! So. Oh Gott. Das... Da war ich jetzt gerade abgelenkt. Das beim ersten Versuch war ja echt selten dämlich. Vor allem, statt dass er befreit hat der Geralt, ist er erst wieder runtergeklettert, hochgeklettert, runtergeklettert. Dann hat er erst das Schwert nicht weggestiegen und hat damit erst mal nach der Elf geschlagen. Aha, super Tag heute. Konnte Vernon Ross ungehindert ablegen? Ihm fehlt nichts. Wir haben ein bisschen geplaudert, stell dir vor. Aber es sollte dir klar sein, er konnte nur ziehen, weil ich es zugelassen habe. Was machen wir denn da? Na, hey. Okay, ich kann nicht mehr ausweichen. Ich kann nur blocken. Kann ich kontern? Ich hab doch gekontert. Ein Mensch hat mich besiegt. Ich werde alt. Was nun? Du hast Glück. Eigentlich hättest du die Folter verdient. Aber aus Mangel an Werkzeug schneide ich dir nur den Kopf ab. Du stirbst wie ein Krieger. Gut so. Bist sicher verwirrt so kurz vor dem Tod. Gut, dass du es bist. Wär doch dumm, nach all den Jahren von einem verirrten Pfeil erwischt zu werden oder an einer Grippe zu sterben. Mist, diesmal kommst du davon, deine Schützen sind im Anmarsch. Aber denk daran. Ich habe dich einmal besiegt und ich kann es wieder tun. Geht doch da hoch. Oh, da war das. Interessant. Ja komm, schnell genug bin ich dafür. Schnauze, Lorino. Hier waren wir ja schon. So, jetzt geht er hoch. Wo ist Loredo? Geflohen. Gwyn Blade! Loredo holt Verstärkung! Wir segeln los! Unter uns brennt der Turn. Wir müssen springen. Geht nicht! Wir sind gefesselt! Hilfe! So gefesselt schaut ihr gar nicht aus. Aber sind nur die Beine wahrscheinlich. So. Hätte ich kein Kapuzen-Outfit an, würde wahrscheinlich das Haar brennen. Loredo ist entwischt. Wer... Konnte wer... So. Aber jetzt bitte ohne unnötige Fegels. ... 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 Gehen los! Geschafft. Das ist erst der Anfang. Ich bin froh, dich auf der richtigen Seite zu wissen. Deine Gewissheit hätte ich gern. Wir haben es ja wenigstens geschafft. Oh, nettes Motiv. Der Attentäter hat uns genassführt, wie wahr, und Triss Merigold geraubt. Der Tod Volltest hat ihm wohl nicht gereicht und er musste sich noch seiner Beraterin bemächtigen. Es war keine Zeit nachzudenken. Es war Zeit zu handeln. Ich zauderte nicht, an Bord zu gehen und mit Geralt ins Pontatal zu reisen. Dort haben sich, schenkt man den Elfenglauben, freie Menschen unter dem Banner Werdens vereint, um sich dem ketwänischen Eindringling entgegenzustellen. Natürlich sollen die außergewöhnlichen Persönlichkeiten in meiner Truppe Erwähnung finden. Gut, die Anwesenheit der Scoia-Tel, die ich als Mörder und Schurken betrachte, ist mir bisweilen unangenehm. Doch muss ich zugeben, dass Jorwets Hilfe und die seiner Spießgesellen hilfreich... Hilfe... Hilfreich war... Nein, das klingt nicht schön. Äußerst nützlich, eher. Nebel, okay. Wir sind also im Nebel von Oberedden. Das ist eine super Stelle für einen Cut. Naja, schon wieder eine kurze Folge. Ciao. Vielen Dank. Amen. Vielen Dank.